Oh verdammt! Oh mein Gott! Scheiße! Chester! Chester, geraust, Mann! Bist du... Oh Mann, das kann man nicht mal nur aufs Klo, gell? Dann schluch dir was anderes. Klopft doch an, du Scheißer! Da ist kein Schloss, du! Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ach nee, geil. Was ist denn mit dir, Mann? Du musst anklopfen, ey. Ey, du kannst doch... Warum ich... Also, äh, verdammt! Du musst anklopfen, das musst du dir angewöhnen. Tut mir leid, Mann. Gut, ich hab ausgepennt. Scheiße, dass es jetzt so spät ist. Ja, egal. Okay, okay. Was denn? The only one. The only one? So, äh, schauen wir mal nach Möbeln gucken, es ist so scheiße hart auf dem Boden, Mann. Am besten, ja, das ist echt... Ja, komm, lass raus. Oh Gott, wir haben das Auto die ganze Zeit da geparkt. Guck, das zu ist. Scheiße, wir sind so dumm, weißt du, wie teuer das ist, hier. Ne, scheiße, Mann. So. Ah. Wir schauen jetzt erst mal da oben hin. Ey, aber die, die Lage gefällt mir. Oh, guck mal, da hinten die Brücke. Ja, die Lage ist, oh, ist echt gut. Die Brücke sieht schön aus. Die Lage ist, oh. Okay, vielleicht wird es dann doch erst mal ein kleineres Auto bei Mausleys. Ja, vielleicht auch erst mal, was wir zusammen nutzen, bevor er sein Eignis hat. Macht Sinn, ja. Oh, anschnallen, hoppala. Naja, nicht, dass du noch aus der Scheibe fliegst. Klar, ich flieg jetzt auch mit 200 Meilen lang. Wer weiß. Hör, Mann. Endlich nicht mehr in so ein scheiß Hotel und... Naja, echt so. Ich habe letzte Nacht da an dem Docks, habe ich da auf dem scheiß Klo gepinnt, Mann. Ach, du Scheiße. Ich fühle mich wie ein Penner. Ich bin ja auch ein Penner in der Zeit. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir eine Wohnung, Mann. Ja. Wir müssen jetzt aber fleischig unsere Stütze holen und auch arbeiten gehen, Mann. Ja, dann müssen wir da am 21. zu diesem Ding dahin. Zu diesem was war das? Die Caretaker oder was? Äh. Oder Gebäudereinigung? Keine Ahnung. Ich glaube, das waren die Caretaker. Ich habe schon wieder einen Helikopter. Ja, Hubschrauber auch unterwegs. Die sind die da am suchen, ne? Ja. Oh, da hat ja nicht den Scheinwürfer. Weiß nicht, ob es eine Idee ist. So, auf jeden Fall ziemlich helles Licht. Unseres jetzt hier? Ja. Ja, das ist schon weißes Licht. Vielleicht es auch noch gesehen haben. Könnte sein. So, hier ist glaube ich dieses Ding. Einrichtungsding? Okay. Okay. So. Oha. Ja, ich ziehe am besten auch meine Tasche an. Ne, das laden wir dann eh ins Auto. Ach so, okay. Willst du ein Bett in die Tasche machen, oder? Es geht schlecht, wenn es zusammengebaut ist. Kommen wir hier irgendwo rein? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So, wo kann man denn hier was kaufen? Waschmaschine. Ich will auch keine Waschmaschine. Ja, hier haben wir die Hauptschaltsgeräte im Schatzreich. Oh. Computersystem. Oh, Entschuldigung, Mann. Das geht auch schlecht, wenn es nicht zusammengebaut ist. Was denn? Wenn was nicht zusammengebaut ist? Was kostet die Wohnung? Die kostet eins... Nee. Zwei eins in der Woche. Aha. Das Bett. Ach so, ja. Großes Glas, Kinder. Ich glaube, ich bin in der Void angekommen. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwo anders. Shit. Jetzt vielleicht nochmal. Server ist nicht so responsive heute. Oh, sorry. Schauen wir mal hier, oder? Ja. Am besten. Nämme ich jetzt erstmal noch einen mit. Oh, ich stehe in den Weg, oder? Lass uns erstmal ins Auto legen. Ja. Was war das andere? Das war das gleich. Gib mir noch was. Ja. Guck mal. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, weil das so ewig braucht. Töster, komm mal an. Ich will ja nicht auf die Uhr gucken, sondern rauskommen, Mann. Ach, diese Fliege jetzt hier, Alter. Ohne Witz. Hey, komm doch mal! Warum hast du denn gerade angerufen? Sobald du mal langsam rauskommen sollst. Ich glaube, dass... Du hast einfach da seine Kreise um die Küche schreckt. Ich glaube, dass... äh... gut heute nichts mehr, oder? Ich glaube auch nicht. Weil die... Der braucht so lang. Mh... Um das Zeug rauszusuchen heute. Hat ja ein bisschen viel zu tun, der Kollege. Vielleicht mal morgen gucken, oder so. Ah ja, genau. Äh... Was ist das? Ja. So, also würde ich jetzt sagen, wir bringen das Auto nach Hause. Also... Also weg. Auto weg, ja. Und dann gucken wir nach den Fahrrädern. Stimmt. Und dann fahren wir nach Hause, oder? Ja, genau. Und legen uns am besten nicht auf die Fresse. Ja, er hat bloß die Schnauze, Mann. Oh, ey, das wird jetzt teuer. Na ja, hoffen wir es nicht. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Das ist ein Medic. Das ist ein Medic. Was? Alles gut. Oh, Scheiße. Feuerwehr, brennt es hier? Da brennt was. Ja, die rauchen, Mann. Ach so. Scheiße. Deswegen ist die Feuerwehr da, oder was? Aber das muss dir erstmal passieren, dass du die Karre so auf die Seite wirfst. Scheiße, Mann. Oh, fuck, Mann. Boah, ey, ich hoffe, das kann nicht passieren. Ja, gut, anscheinend schon, sonst wäre da jetzt nicht... Eben. So. So. Oh, Scheiße. Du musst aufpassen, mit dem Auto nicht, dass du wieder berechnenst. Ja. Mannschuhfach war nix mehr, oder? Entbeiß ich nicht. Ich muss da gucken. Nö. Oh, Mann. Oh. Oh, Scheiße. Was denn? Wie viel hat's gekostet? 120 Dollar. Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Belangst du nicht wieder 800 sind? Ja. Oh, dann kannst du mir noch 60 Dollar überweisen. Ah, Scheiße, Mann. 4.900 Kaution. Ich scheiß die Wand an. Wir müssen die Bude halten. Auf jeden Fall. Du darfst das nicht abgeben, weil wenn die Bude da weg ist, dann ist es scheiße, weil die ist echt gut von der Lage her. Nicht schön in der Stadt, ist nicht zu groß, ist nicht zu klein. Und so. Oh. Oh. Sorry, da war eine fette Wespe auf deiner Nase. Scheiße, Mann. Du musst doch nicht so in den Fresse hauen. Ja, aber ich hab die weggepatscht. War nicht schlimm. Bis zur nächsten Garage, das ist ewig weit. Es ist ewig weit bis zur nächsten Garage, Mann. Wo ist die denn? Weg. Wie weg? Weit weg. Scheiße, Mann. Okay, komm. Ja. Schau, wir können ja joggen. Guck. Bist du schnell, Mann? Ich. Was? Warum denn nicht? Was warum denn? Das ist ja kein Joggen, was du machst. Das ist ja Laufen. Was ist denn Joggen? Na Joggen. Ja, das ist doch Joggen. Na, das ist Joggen, was ich mach. Laufst du nicht so schnell? Laufst du schneller? Ja, aber ich jogge doch. Ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit. Ich jogge doch auch nur. Ja, aber du joggst so schnell, Mann. Scheiß-Bastarde. Guck mal hier. Oh, ein Blitzer. So, kann man jetzt vielleicht joggen, oder? Ja, jetzt können wir joggen. Los geht's. Ich halte dich doch einfach an meiner Geschwindigkeit, Mann. Was denn jetzt? Ich, warte. Moment. Auf was denn? Auf was denn? Jetzt joggt doch einfach. Oh, ey. Jetzt hat er den G-Stil ausgewählt und jetzt joggt er nicht. Geht doch. Wo ist das Problem? Was ist denn dauernd? Hier bin ich doch. Ja, jetzt. Nach 10 Minuten. Ach. Wie weit ist es denn? Weit. Verdammt. Wir müssen, warte. Wir sind schon im scheiß Banner Hotel. Ach, verarscht, Mann. Na, komm. Ich krieg das nicht so ganz hin, warte. Jetzt joggt doch einfach los, Mann. Ja, ich lass das. Ich weiß nicht, was er macht die ganze Zeit. Okay, wir töten Spakumäßig abkürzen. Im Vollsprint. Im Vollsprint ist es wahnsinnig. Ach, verdammt. Wieso hält er dann denn an, die da? Oh, da ist der. Unfall. Ist der durch die Mauer geknallt? Der ist durch die Mauer geknallt. Was zum Teufel, die malst. Ist doch unmöglich. Wie unmöglich? Nein, das ist nicht unmöglich. Wie willst du denn da durchknallen? Ja, guck mal, da oben kommt eine Straße runter, also. Ach, du Scheiße, Mann. Guck mal, ich gehe in den Außen rum. Hier ist ja was los. Und. Wow. Guck mal, die Schilder. Wow, geil. Ah, ich glaube, der hat mich gerade das Auto zurückgedreht. Da unten ist es ja, ne? Ja, da hinten, rechts, glaube ich. Jetzt erst da ist! Wo müssen wir hin? Darüber zum Parkplatz, oder? Ich weiß nicht, ich glaube hier links, keine Ahnung. Achso, ja, wir müssen links. Das ist doch nur das von Benner, oder? Oder haben die das hier hergebracht? Ich weiß es nicht. Das ist doch nur das von Benner, Mann. Stimmt. Garage? Ja, da oben. Okay. Oh, das ist doch beschätzt mit dem Laden. Oh, ist doch anstrengend. Ja, was du mich sagst. Wo ist es denn? Wahrscheinlich da hinten. Oh, die Hecke! Oh! Oh! Vorsicht! Oh! Oh! Was ist denn? Is das an der Anzi? Ich bin da hinten. Oh! Oh! Sagt der, der das letzte Mal 20 Minuten gebraucht hat, bis er sich mit deinem scheiß Fahrrad bewegt hat Und der nicht zur Potte kommt So, und jetzt fahren wir nach Hause Nach Hause, ja Ich komm Ich fahr Ich will schon losfahren Halt die Fresse Halt die, halt die fester, du Hurensohn Scheiß Mischgebote, vollste, du Dumme Ach man, mach doch den Motor an Was ist denn jetzt wieder Du musst schon losfahren Mein Fahrrad jetzt, jetzt ist weggekommen Irgendjemand hat es festgeklebt Deine, vielleicht deine verschwitzenden, stinkenden Hände haben es festgeklebt So, und jetzt so hin? Nach, nach Hause Zeh, Mann Man Obacht Das geht einfach Oh! Wooh! Och, Digga! Och, Digga! Och, Mann! Och, jetzt Dominik, Alter! Och, hallo Felix! Och, Dominik! Och, Mann, wie verpeil... Och, Mann! Hallo! Och, Mann! Digga, jetzt halt doch mal an, du Krüppel! Oh! Ey, das ist auch das verpeilste Stück Scheiße im ganzen Leben! Kann man doch noch ein bisschen verpeilter sein! Ja, ich fahr nach Hause! Weißt du nicht, wo es nach Hause geht? Ja, schön gemacht! Toll! Klasche! Mann, ey! So ein Scheißer, der Blöde! Was ist denn hier jetzt los? So, guten Tag, Felix! Jetzt haben wir's aber! Ich schlafe gleich ein hier mit dem! Die Woche, die Woche war, war, war anstrengend! Bis jetzt! Bis heute! So, versuch mal, ob du das Auto reinbekommst! Ja! Wir arbeiten halt! Super! Toll! Jetzt guckst du bitte aufs Handy, auf die Karte und guckst, wo du hier bist! Wo komm ich denn auf die Karte? Das ist nämlich das Problem! Hä? Boah! Ey, ja! Gar nicht, anscheinend! Ja, sag's! Wie sag's mit, du gehst auf die Karte, auf dein, auf dein, auf dein, auf dein Whistle Maps, auf Maps halt! Ach so, das ist bei Whistle? Nein! Mann! Alter, wie verpeilt kann man denn sein, Junge! Da verliegt grad mein Akzent, Mann! Ach, ey! Alter, Pause drücken! So, ich hab's ja reifert! Mann, mach mal Pause! Ach! Mit deinem Scheiß! Was, wie heißt das? Ray, 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 irgendwas! Was, Ray, Ray Garvey, oder was? Roy Lovenstein Boulevard! Digga, was ist mit dir? Nicht, doch nicht da! Wo denn dann? Auf deine Scheißnummer! Ach, leck mich doch am Sack, du blöder Krüppel! Gute Nacht! Bitte Nacht!